Wir haben nicht viel Zeit, hört unsere Worte. Nichts zu fürchten haben die Armen und die Hungrigen. Nichts zu fürchten die Schwachen und Kranken. Nur die Korrupten werden dran glauben. Es sind die ohne Gewissen, die von uns aufgesucht werden. Wir leben nur für ein Ziel, sie zur Strecke zu bringen. Jeden Tag vergießen wir weiterhin ihr Blut, so lange bis es vom Himmel herunterregnet. Du sollst nicht töten, du sollst nicht vergewaltigen, du sollst nicht stehlen. Das sind Grundsätze, nach denen jeder Mensch jeden Glaubens leben sollte. Die sind keine Regeln der Höflichkeit, das sind die Grundsätze des Lebens. Und deswegen die teuer dafür bezahlen, die diese ignorieren. Es gibt verschiedene Stufen des Bösen. Ihr, die ihr noch nicht in diesem Sohn steckt, überlegt euch wohl, ob ihr noch tiefer in diesen Wald des Verderbens schreiten wollt. Denn dort kreuzt er unsere Welt. Und wenn ihr das tut, werdet ihr euch eines Tages umdrehen und wir stehen hinter euch. Und seid euch gewiss, ihr würdet schrecklich büßen. Denn an diesem Tag schicken wir euch zu Gott, welchem auch immer. Und wenn ich dich, ihr würdet schicken, den Tag schicken, die Gäste. Wir leben ohne ein Ziel, wir sind zum Stolten zurück, wir leben traurig und vermiesen der Weißer wie ihr Blut und die Zauhörer, bis es mal geht, wir haben unterlegt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020